es ist ein Starve Game. Achso. Ja doch, ein neues Spiel tatsächlich. Ach klar, anderer Account. Ja, die Musik ist ziemlich geil von dem Spiel generell. Also ja, wahrscheinlich hört man ne. Wird schon passen. Ist alles okay? Nein, gar nichts. Wir haben hier so, ne? Irgendeine Verteidigung. Und so. Alles scheiße. Alles kaputt. Oh Gott, irgendwas stimmt ja nicht. Wir werden alle sterben. Nein, 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 alle weg. Das sollte nicht passieren. So viel Drama. Du kannst so schön und fly übersetzen. Das war, das war, das war ein bisschen beängstigend jetzt, ne? Und so. Naja, immerhin sind wir alle entkommen, wa? Leute? 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 Guys? Hallo? Oh nein. Oh Gott, jetzt muss ich ihn wieder in jeder Flotte. Ja, er hat so wenig Emotionen, aber das ist unglaublich. Wir spoilern nicht. Wir spielen äh, VVV, VVV oder VVV oder VVV oder VVV. Ich habe Hauptmenü vor, weil ich nicht mehr, das ist dann eine zweite Seite. Banane ist zu doof zum Lesen. Okay, ähm, ich kann, ich kann laufen und ich bin voll traurig und ich kann an die Decke gehen. Und wieder zurück. So, hier, so, mach ich, äh, Dinge. Du siehst du jetzt, was sie nicht gegeben haben. Ich dachte, sie sind voll tödlich. Ne, ich, ich erkläre. Ja, okay. Merkst du das nicht? Ich, ich, ich erkläre es. Ich, äh, frag mich, warum das Schiff mich hier so ganz allein hinteleportiert hat. Äh, ich hoff, ich hoff, alle anderen sind okay, ne? Weil ansonsten sind voll doof. Der C steht für den Speicher. Wir haben das halt schreit, ne? Wir sind lustige, äh, Stoppschilder, die mir auch wehtun. Aber ne, tranzier mich ja gar nicht. Ich will, ne, ne, ich will hier runter. Ich weiß ja schon, hier gibt's ein, ein Flimmerding. Das will ich haben. Ich hab ein, äh, shiny Dingensbums gefunden. Eins von zwanzig. Ne, ne, da sind Staschen. So, bitte. Speicher, speichern. Einfach weil, ne, muss ja. Das hier kann ich aktivieren. Aber hier, das ist aber noch jetzt. Irgendwie random übersetzen, nein? Möchtest du nicht? Na, na, na? Random übersetzen, ganz spontan, jetzt so. Und schrei ein bisschen, weil Mikrofon geht bald von dir weg. Achso. Fast jeder wurde empquert von der Raumstation. Jetzt so. Der Rest wird in ein paar Tagen das Ding verlassen, wenn die Forschung komplett ist. Komplettiert. Komplettiert, genau. Hä? Hä, das war doch doof. Ja, deswegen, wenn man, wenn... Hä? Was ist das? Ich hab das Problem, dass ich ganz viele... Ganz viele Englisch brauchst mit Deutsch. Ich überleche mich ja. Miu! Warte, es ist einfach fertig, es kommt da nicht. Nein, 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 nein. Ja, also... Helfer, Helfer! Komm, 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 komm schnell hören! Verdigris, ist auch ein schöner Name, ne? Helfer! Ja, wir haben hier, wir brauchen Hilfe. Helfer! Helfer! Hallo? Ist da jemand? Hallo? Oh, da kommt der... Dr. Violet! Von der DSS. Das geht nicht so schnell. So, irgendwer? Hallo? Bitte seid alle okay, bitte. Jeder. So, hallo. Hilfe! Kann ich jemand hören? Ich mein... Hier, du da? Bist du da draußen irgendwo? Bist du okay? Ist nur du einer? Bitte hilf uns! Also, irgendwer. Hallo? Ist da jemand? Wir... Wir, Violet, ne? Bitte, bitte antworten. Wiederhol dich, oder? Bitte irgendwer... Ja. Tatsächlich, aber... Ich hab Zeit. Bitte seid alle okay. Oh, ich bin da ran gelaufen. Violet! Bist du das? Ja, Captain! Du bist in Ordnung! Geil! Irgendwas, irgendwas ist hier voll schief gelaufen mit dem blöden Teleporter auf dem Schiff, ne? Also, ich glaube, dass jeder irgendwie random irgendwo hingeportet wurde und die könnten alle irgendwo sein, wo keiner weiß wo. Oh nein! Ja, also, ich bin unser Schiff, aber es ist scheiße kaputt und, äh... Aber, aber... Ist doch okay. Es funktioniert noch. Wo bist du eigentlich, Captain? Sag mal. Ja, äh... Ich bin in so einer Art Raumstation, aber es sieht sehr modern aus hier, ne? So 2D. Ja. Ja, da scheint irgendwas da nicht ganz mit in seiner Dimension zu stimmen, hier, ne? Interferenten. Ja, ja, Interferenten. Äh, guck mal, ich, ich, äh... schick dir mal kurz die Koordinaten rüber, ne? So. Guckst du hier. So, so, wo unser Schiff jetzt und so. Hier. Guckst du? Siehste? Also, ich, ich kann dich schon zurück teleportieren, aber, äh... Ne. Naja, also, wenn du irgendwo einen Teleporter findest, dann, dann solltest du auch zu mir zurück teleportieren können und ich... Deutsch, hallo. Gut Deutsch. Die ist Englisch, die kann kein Deutsch. Okay, okay, ich, äh, ich versuch mal eins zu finden, ne? Einen Teleporter. Ja, viel Glück. Ja, ich, ich guck da mal, dass es die anderen finden. Alles klar. So im Voraus, oh no, ist die Catchphrase des Käpt'n. Oh no, ist so... Oh, no. Ähm. Genau, der Teil. Ja. Upsi. Da war ich etwas hektisch, vielleicht. Nyaaau. Yes. 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 Oh. Yes. Diese, diese, ja... Diese Art von Gegnern verwirrt mich immer noch ein bisschen. Ich glaube, das ist eigentlich die Fall von der Woche. Ja. Ja. Ja, geht so. Oh, der ist noch so eins von diesen leuchtenden Dingsbums... Dinger. Ich brauche die wahrscheinlich nicht, aber... Naja, wäre schon schön, wenn wir es hier mitnehmen, ne? Zumindest hier. Zumindest hier. Zumindest hier. Weil es kann. Der will kein Dezagramm finden. Also, ich meine, ich brauche es nicht, aber... Ich nehm so nicht. Ich kriege die Schmerzen von der Dingung. Du, 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 du... Du, 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 du... Du, du, du... Du, 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 du... Noch eins! Zwei von zwanzig. Und zurück. Ups. Ja, gut. Ich habe hier gespeichert. Das Ding habe ich trotzdem mit eingemammelt. Und jetzt möchte ich hier unten an... so... hier und da drücken. Ach, übrigens kann ich mir Enter hier, ne, die Karte anschauen. Könnte noch wichtig werden, später. Jetzt noch ein Moment. Ah, nein, ich hab' ich vergessen! Hi! Tschüss! Abwehr! Und tot! Ähm, das ist einer der sehr lustigen Räume. Ich hab' noch so... Es gibt einen wunderschönen Raum, auf den freu ich mich sehr! Jetzt gibt's nur einen Raum noch einen Trend! Den Raum! Den Raum! Mit einem für die Tränen und picturesen. Ja... hier... hier... am Vorsitzende! Der Halbspartmuss und so... Ah, guck mal, ein Teleporter! Ist ja geil. Boah, damit komme ich zurück zum Schiff! Unerwartet! Und zwar in dem ich Enter heute immer noch, dass Teleports nicht gesund sind. So wie das klingt. Ah, das geht schon. Captain! Mein Captain! Oh, Captain, mein Captain! Level Komplett! Geil! Erste Level geschafft. Und ich habe ein Chrome McQueen gerettet, das sowieso schon in Sicherheit war. Vier sind noch übrig. Vielleicht meint man sich selbst. Vielleicht nicht. Ne, ne, ich meine schon. Okay, Doktor! Ja, weil du bist ja voll... Wir haben alle einen Titel. Wir haben alle einen Titel. Ähm, ja, irgendeine Idee, warum wir jetzt hier so ne Scheiße gebaut haben. Das ist dann da. Das ist dann da. Ja, da ist irgendwie so ein ganz komisches Signal hier. Und das macht voll keine coolen Dinge mit unserem Equipment. Also mit unserer Ausrüstung, praktisch. Ja, das ist so. Ja, ja, ja. Hallo, wir sind hier. Ja, sprich weiter. Ne? Sprich weiter. Ja, und jetzt ist es halt in sich zusammengefaltet in diese Dimension geraten. Wie muss ich die denn? Genau so überdeckt man das wirklich. Das ist ja schön. Genau so... Die Musik kann... Das ist, äh, vermutlich ist das aber nur im Stream so, ne? Dass die Musik jetzt so laut ist. Das ist echt... Das soll jetzt auf der anderen Seite sitzen, diese Streams, ne? Das ist echt krass. Die Musik ist ja schon da. Bisschen die Musik leiser. Das war bei seinen Titel halt auch so. Ja. Wir haben ja nichts gehört. Das ist echt krass. So. Ich hab mal Musik ein bisschen leiser gemacht. Uns noch lauter ist keine gute Idee. Kann ich noch mal noch ein bisschen ran? Ja, wir können ja auch... Das Ding hier nochmal so ein bisschen... Wir können auch so ein Trichter rumstellen, dass das... Stuhl. Stuhl. Gut. Scheiße, das ist doch nicht etwa ein Stuhl. Komm. So. Komm, wohin? Da hin. Hier ist's. Ja. Ja. Ups. Klingt ein schönes Geräusch. Ähm. Oh nein! Überraschung. Ja. Aber, äh, ich denke mal, wir können das irgendwie schnell hier auf die Reihe kriegen und dann hier auch verschwinden. Solange wir den Rest der Crew finden. Und wir? Meinst du? Ich? Ja. Ja. Äh, also wir wissen eigentlich überhaupt nichts über diesen Ort hier, ne? Das ist alles voll... Äh, unsere Freunde könnten eigentlich überall sein. Wir können, ne, so... Verirrt. Verloren. Verloren sein. Oder in Gefahr, Alter. Ist schon... Ja, äh... Können sie sich nicht hier zurück teleportieren, so wie ich gerade? Nicht, wenn sie nicht die Koordinaten kennen. Nicht, wenn sie nicht mit uns kommunizieren können. Ach so, richtig. Na? Weil, äh, wir können hier Signal ja nicht anfangen und, äh, sie können hier nicht teleportieren. Wenn sie nicht wissen, wo unser verdammtes Shit ist! Ah, okay, also was, was machen wir jetzt? Also in Zukunft kriegen alle so Rundehalsbänder mit den Koordinaten des Schiffs. Mit Peilsendern praktisch? Ja, ja. Mhm. GPS. Ja, wir, wir müssen sie halt finden, ne? Also du gehst doch mal hier in diese Dimension und, äh, guckst einfach mal überall, wo sie vielleicht sein könnten. Das, äh, klingt nach einem guten Schaden. Okay! Wo fangen wir an? Ja, naja, also ich hab schon versucht, die zu finden hier mit dem Scanner, den wir hier auf dem Schiff haben, ne? Äh, funktioniert nicht. Aber vielleicht hab ich, 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 ich hab irgendwas, hab ich gefunden. Und zwar hier, guck mal ganz viele Fragezeichen. Merkt, äh, jetzt am besten merken. Oh. Wir kommen, wir sind weiter weg. Ja. Ja, äh, diese Punkte hier, äh, die, die tauchen auf anderen Scans auf und, äh, sieht so aus, als ob da sehr viel Energie, ne, hier so ein... Komischer Energiemuster. Energiemuster. Das könnten Teleporter sein und wahrscheinlich wurden sie in der Nähe von wichtigen Dingen gebaut, aber vielleicht auch nicht. Ja. Das wär vielleicht ein Anfang, äh, dort zu gucken. Dort zu gucken, also so überall. Ähm, okay, dann, äh, geh ich mal und guck mal, was ich finden da, ne? Ja. Ja, ich bin dann mal hier, wenn du Hilfe brauchst. Ne? Tschüss. Tschüss. Tschüss, Mann. Wollte, kann ich wieder Enter drücken? Nein, Radio, Status Broadcasting. Okay. Wir haben jetzt alle... Wir haben jetzt alle... Brotkasten. Brotkasten, die ich jetzt alle aktiviert, einfach indem ich drüber gelaufen bin. Ach, hier kann ich noch weiter drücken. Wie ist es SoulEye? So heißt unser Schiff. Ähm, die Gäste bei Trolls. Äh, Fehler, Fehler. Ja, nö, ist nicht. Alles, alles kommt gut. Alles ist nicht. Fehler, Fehler. Ja, genau, das kann sein. Das genau. Das macht mein Computer auch immer. Äh, das ist, das ist Musik. Ähm, dafür sammeln wir diese Schweine-Dinger. Mit, mit fünf weiteren Schweine-Dinger. Ich kenne das Trinket auf Deutsch. Ich weiß nicht. Ich auch nicht. Man nennt das halt Trinket. Ja. Ich hab ja noch, ne? Ich hab noch nie eine Musik, deswegen kann ich ja... Da übrigens, äh, hier... Da schütt noch einen guten Platz aus, um diese... Das sieht aus wie Regal. Das stellen sie doch mal rein. Ja. Willi freut sich. Um diese Dinger sich zu lagern. Und Victoria liebt es ja, äh, ne? Diese interessanten Dinge zu studieren, die wir auf unseren Abenteuern finden. Ich hab Screenshot gemacht. Ich hab Screenshot gemacht. Ich hab Screenshot gemacht. Ich hab Screenshot gemacht. Alles möchte ich vielleicht mal gucken. Ja, du kannst ihn mal reinkopieren und dann sehen wir den Gefolge und so. Wow. Ja. 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 Okay, wir gehen nach unten. Wir gehen nach links. Und finden dort einen Teleporter, den wir jetzt aktiviert haben. Diese Hamsterräder. Das sind mehr so diese... Diese Plasmakugeln. Diese Rahmenkugeln, ne? Echt lieber ist die Plasmakugel. Achso, richtig. Nicht rein, fände sich ja. Okay. So. Und hier geht's nach unten. Hier geht's weit nach unten. Hier geht's sehr weit nach unten. Oh Gott. Wir gucken mal auf die Karte. Und wir sind weit unten. Wir sind irgendwann am Arsch der Welt. Wir können jetzt nach links oder nach rechts. Oder nach oben links oder nach oben rechts. Freie Auswahl. Äh, offene Welt. Wir gehen nach rechts. Das hab ich grad so geschlossen. Einfach bei random. Oh. Stachel. Die hab ich grad kurz übersehen. Ab der... Tisch. Speicherbumpf. Stachel. Nochmal. Tschüss Speicherbumpf. Abass. Abass. Achso. Vielleicht sollte ich auch nicht nach rechts ziehen. War mal. Soll ich mir mittig? Nein. Das war nicht mittig. Aber... Ich will den nicht. Ich geh ohne. Alles gut. Guck. Guck. Guck wie ich was kann man. Von außen. Mepp. Mepp sagt wir sind plötzlich da oben. Weil es hat so weit umkommt, dass wir wieder oben sind. Genau. Das macht singen. Äh, ich bekomme rein. Jetzt kann der Punkt schwiegen. Nyaa. Kleiner für irgendwie zwei Finger da. Mindestens. Der Arm geht selbst aus. Ja richtig. Ich hab schon wieder einen Teleportpunkt gefunden. Und hier... Blaues. Oh. Andere Musik. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Ich weiß was das ist. Ich muss weg. Ich muss weg. Oh Gott. Nyaa. Ich hab's tatsächlich ein bisschen eilig hier. Weil da unten kommen Stacheln. Deswegen, ähm... Um das zu erklären. Danke. Du musst rüber. Du musst rüber. Rüber und hoch. Und... Vielleicht da oben? Nein! Da war das. Da war das. Stimmt. Du musst das jetzt mitnehmen. Ah das war zu... Nicht speichern. Okay. Ähm... Da muss ich schneller hoch. Alles klar. Oh. Das war zu schnell. Ähm... Das war schon wieder zu schnell. Ich will doch shiny Dings haben. So. Hier. Runter hoch. Runter hoch. Nein! Ich kann doch von hier nicht nach links springen. Geht doch nicht. Ich kann doch nicht springen. Ich kann mich doch nur... In eine Richtung und andere nach oben bewegen. So. Ey. Kleiner Scheiß. Drei von zwanzig. Jeden. W-tü-tü-tü-tü-tü-tü. Ähm. Ja. Auf nach Afrika! Wie schon sind wir alle? Genau. Und... Wie? Ich promise auch hier. W-h-h-h! Okay. Ok. Oh gut. Schreck angegriffen. Mhm. Ich äh... Ich überlege gerade wie ich da rankomme. Es ist zu spät. Wahrscheinlich. Hätte ich rechts rum gemüsst. G-gemüsst. Du kannst du meinst noch. Ich komm schon hier in Deutschland früher auf. Nee, das sind die Stacheln im Weg. Ich komm da in die Stufe irgendwo. Scheiße. Oho. Oh nein. Du musst das merken. Die bis 6 Uhr ist, ne? Ja. Nächster gibt's auch plötzlich so, dass 20 Stück sind. Irgendwann brauch ich das, die mehr. Was wir vorhin nicht starten. Das sind wir, meine ich. Ja, die haben vorhin schon in zwei Schlüssen. Durchgespielt. Und vielleicht durchgerödelt hat. Durchgerödelt? Ja. Anders kann man das nicht nennen. Hier drücken. Ups. Wow. Schatz alt. Also ich hab das vorhin auch das erste Mal gespielt, wo das keine Missverständnisse oprieten. Hier drücken wir vorhin. Ach, aua. Ich möchte einen Speichelpunkt dazu noch gerne haben. Sehr cool. So, weiter geht's. Nee. Das war zu früh, das war zu früh, aber macht ja nix, Speicherpunkt hat geklacht, ist okay. Ja, und wir sind in Sicherheit und hey, da ist jemand. Captain! Ich bin immer froh, dich zu sehen. Ich glaube, ich war der einzige. Ich bin immer froh, ich bin immer froh, ich bin immer froh. Familien, ich wusste, du würdest okay sein. So, wie sieht's aus? Ja, geht so, ne? Ach so, dann sollten wir schnell zurück. Da ist ein Teleporter im nächsten Raum. So ein Zufall. So ein Zufall. Aber wir wussten ja nicht, wo du bist und deswegen konnte ich du ja nicht nach Hause kommen. Weee, ein Teleporter, die teleportieren uns zurück. Geiler Scheiß. Hey, wir haben kapriert. Und wir haben jemanden gerettet. Noch drei übrig. Wir drücken Aktionen, um Continuum zu machen. Oder so. Ligien. Vere Municipal. Mach. G Greens. Reg metaphys. Wurs. Wurs. Wurs.